Wer kennt's nicht? Ihr fahrt morgens zur Schule. Dort angekommen, nehmt ihr eure Sachen und seht, euer Fahrradstandlicht ist noch an. Habt ihr euch eigentlich schon mal gefragt, wieso euer Standlicht noch brennt, so ganz ohne Energiezufuhr? Um diese Frage zu beantworten, sollten wir uns einmal den Dynamo am Fahrrad, der für eure Lichtzufuhr verantwortlich ist, genauer anschauen. Das kleine Ding am Vorder- oder am Rückrad, genau das ist der Dynamo. Dieser wird durchs Rotieren der Räder in Bewegung versetzt. Dadurch wird im Dynamo ein kleiner Magnet angetrieben, der sich in einer Drahtspule dreht. Der Magnet hat ein Magnetfeld und wenn der Magnet sich dreht, erzeugt er in der Drahtspule Strom. Hört ihr nun auf, in die Pedale zu treten, so leuchtet euer Vorderlicht nicht mehr, da kein Strom erzeugt wird. Dennoch leuchtet das Rücklicht weiter. Aber wie kann das sein? Dies liegt am Kondensator. Der Kondensator speichert die Energie, die der Dynamo produziert. Er hat jedoch eine geringe Kapazität als Akku, somit kann das Rücklicht nicht allzu lange leuchten. Also hält das Fahrrad dann an und der Dynamo erzeugt keinen Strom mehr, gibt der Kondensator die gespeicherte Ladung wieder ab und das Rücklicht kann weiterhin leuchten. Meist nur in einem Zeitfenster von wenigen Minuten. Wie der Kondensator die Energie speichert, schauen wir uns nun einmal genauer an. Der Plattenkondensator besteht aus zwei gegenüberstehenden, voneinander isolierten Metallplatten, zwischen denen sich Luft befindet. Wird zwischen diesen Metallplatten eine elektrische Spannung angelegt, dann sammeln sich auf ihren Oberflächen getrennt voneinander positive und negative Ladungen an. Zwischen den Platten baut sich ein elektrisches Feld auf, in dem Feld Energie gespeichert ist. Nun kommen wir zum Ende. Kurz und knapp noch einmal, wieso das Rücklicht ohne Bewegung trotzdem weiter leuchtet. Der Dynamo sorgt für den Strom und lädt den Kondensator. Dieser speichert die elektrische Ladung und gibt diese dann ans Rücklicht ab. Also tretet in die Pedalen mit eurem neuen Wissen und gibt Gas!